Herzlich Willkommen beim Videocast der himmlischen IT von der Rachpal IT Solutions. Wir starten vom Boden und nehmen sie mit in die Cloud, ohne dass es ihr entschwindelig wird. Und nun viel Spaß! Herzlich Willkommen zu einem Videocast der himmlischen IT. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Installation des Intune Clients. Mein Name ist Daniel Althaus und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema der Klientinstallation von Windows Intune. Dazu gehen wir in die Sektion Verwaltung und dort auf den Unterpunkt Klient Software Download. Wie Sie hier sehen, haben wir 25 Arbeitsplätze zur Verfügung. Davon sind schon vier in Gebrauch. Diese 25 Arbeitsplätze kommen automatisch bei einer Testversion von Windows Intune mit dabei. Und somit kann man wirklich 25 Rechner in das System reinhängen. Und wir wollen jetzt noch ein PC oder ein PC-System hinzufügen. In der Sektion Klient Software Download finden wir zwei Schritte. Erst einmal die Bereitstellung vorbereiten. Darunter fällt, dass Antivirenprogramme deinstalliert werden sollten, da Windows Intune schon eine Antivirensoftware mitliefert und die beiden Programme dann zu einem Konflikt führen würden. Zweitens müssen die Systemvoraussetzungen gegeben sein. Wir befinden uns hier auf einem Windows 7 Enterprise 32-Bit und die Betriebssystemanforderungen sind auch so gestellt, dass dort ein Windows 7 Enterprise 32-Bit drin vorkommt. Gut, jetzt klicken wir einfach auf den Button Klient Software Download und es öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem wir auswählen können, ob wir die Setup-Datei, die gepackt ist als ZIP, speichern oder öffnen möchten. Wir möchten sie speichern. Da dies eine Einzelinstallation ist, wird das Setup einfach in den Ordner Downloads gespeichert. Bei einer größeren Installation ist durchaus zu empfehlen, das auf ein Netzlaufwerk zu spielen, damit man einfach von allen Rechnern auf das Setup zugreifen kann. Nach dem Download finden wir die Setup-Datei nun in unserem Ordner Downloads. Diese Datei entpacken wir jetzt einfach in einen weiteren Ordner und finden in diesem Ordner nun zwei Dateien. Die erste Datei ist das eigentliche Setup, ist dieses Windows Intune Setup-Datei und eine Windows Intune Account Zert. Hierin werden alle Informationen zu dem Account gespeichert, das heißt, das Setup benötigt diese Datei, um nachher mit der Management-Konsole in Kontakt zu treten. So, nun führen wir das Setup aus, klicken einmal auf Ja und kommen dann sofort in Assistenten. Diesen Assistenten oder das Setup kann man auch mit der weiteren Option Quiet ausführen, das heißt, die Installation läuft dann einfach im Hintergrund und das eignet sich sehr gut für automatische Installationen. Durch den Klick auf Weiter starten wir sofort die Installation und das ist alles, was man angeben muss bei der Klientinstallation, da das Setup die benötigten Informationen alle in der Account Zert-Datei vorfindet. Hier müssen wir jetzt noch einen kleinen Moment warten und ich melde mich wieder, wenn das Setup abgeschlossen ist. Die Installation ist jetzt abgeschlossen. Jetzt klicken wir auf Fertigstellen. Nach der Installation des Windows Intune-Klienten über den Assistenten finden Sie unten rechts in der Taskleiste noch einige weitere Symbole, die darauf hindeuten, dass noch weitere Installationen im Hintergrund ablaufen, die von Windows Intune angestoßen wurden. Zum Beispiel sehen Sie hier, dass nun die Antivirus-Software, Microsoft Endpoint Protection, ordnungsgemäß installiert wurde. Zudem ist dies ein Symbol oder ein Indiz dafür, dass neue Updates vorliegen. Das System wird also immer noch im Hintergrund weiter automatisch eingerichtet, ohne dass weitere Konfigurationen oder Einstellungen nötig sind. Nach der Installation von Windows Intune findet sich auch auf dem Desktop ein weiteres Symbol. Das ist das Windows Intune Center. Dies ist die komplette Verwaltungsübersicht über den lokalen Windows Intune-Klienten. Zum einen bekommt man über das System Zugriff darauf, dass man zum Beispiel neue Updates suchen kann. Man kann den Computer auch auf Schadsoftware manuell überprüfen oder man kann Remote-Unterstützung von dem Systemadministrator anfordern. Dabei bekommt der Systemadministrator eine kleine Mitteilung in die Management-Konsole, um dann von dort aus auf diesen Computer zugreifen zu können. Jetzt wechseln wir wieder in die Management-Konsole auf den Punkt Computer. Dort gehen wir dann in den Punkt Alle Computer. Und hier sehen wir jetzt die Klienz, die ich schon vorher einmal aufgesetzt hatte. Das ist ein Windows Vista, ein weiteres Windows 7 Enterprise, ein Windows XP Professional, SP3 und ein Windows 7 Professional. Aber hier haben wir dann unser neu aufgesetztes Windows 7 Enterprise. Die Informationen über die verschiedenen Dienste sind momentan noch nicht verfügbar, werden aber mit der weiteren Hintergrundeinrichtung auf dem System nach und nach verfügbar. Nun können wir noch einmal kurz in die Systemsteuerung und darunter in dem Punkt Programme uns die Programme anschauen, die alle mit diesem einen Assistenten automatisch mit installiert wurden. Hier findet man dann zum Beispiel in Microsoft Easy Assist die Windows Endpoint Protection einen Update Manager oder sogar auch einen Monitoring Agent. Das Schöne an diesem Package ist, dass man wirklich nur einen Klick auf eine Installation hat und von dort aus wirklich alles, was benötigt wird, automatisch eingerichtet wird und sich automatisch mit der Online-Plattform verbindet, sodass man sofort mit den Systemen auch arbeiten kann. So, das war die Einrichtung des Klients bis hierher. Ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig gefallen und ich bedanke mich vielmals für Ihr Zuhören. Sie sahen einen Videocast der Rachfall IT Solutions, Ihrem Partner für Informationstechnologie im Mittelstand. Mehr Infos finden Sie unter himmlische-it.de Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.